Hallo und herzlich Willkommen in meinem Musikzimmer zur Birgits Musikschule. Heute spielen wir die Bar Korone und die linke Hand spielt lauter einzelne Töne, also überhaupt keine Akkorde. Kommt her. In der linken Hand, der C-Akkord, wird aufgelöst und wir spielen C. Im zweiten Takt auch. Im dritten Takt steht G7, da spielen wir H, F, B. Zweite Zeile. Takt sieben. Zwei, drei, das kennen wir schon, aber wieder C. G7. Und 13. Und das selbe, was ihr kennt. Fünf, eins, drei, fünf. Ich spiele jetzt mit der rechten Hand mit. Eins, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Es ist nicht einfach, wenn die linke Hand die einzelnen Töne spielt. Aber wenn du das hinkriegst, Thumbs up. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde. Ich sage für heute Tschüss.